The Pop Game Tami, wenn du siehst, rote Seite und grüne Seite. Rote steht für Nein und grün steht für Ja. Ich stelle eine Frage und ihr müsst so schnell wie möglich antworten auf diese Frage. Und zwar möchte ich anfangen. Sven, Andrighetto, Kevin, Fialo und Timo Meier schiessen zusammen in der NHL 60-Gol. Aha, okay, wieso so pessimistisch? Das sind 20 Räume pro Kopf und 20 Goal braucht sehr, sehr, sehr viel. Das sind eigentlich schon fast top NHL. Nicht unmöglich, aber auch so. Zwischen 12 und 15 im Durchschnitt hätten wir diskutieren können. Ja, wenigstens. 15? 15, okay. Zweite Frage mit dem Damien Brunner in Topform. Warum ist Lugano mindestens so gut wie der SCB? Obwohl es ein grosser SCB ist. Obwohl es ein grosser SCB ist. Kann ich noch eine Anschlussfrage für Damien stellen? Wenn du Meister wirst mit Lugano, kommst du mit dem Pokal nochmal zu unseren Zendig? Ich glaube, der nimmt irgendeiner von unseren Jungen weg und macht 100'000 Posts auf Instagram. Aber mit dem Maserati-Krimisch. Mit dem Maserati, ja. Gut, die dritte Frage noch zum Schluss. Das Hockey wäre für Chronisten und Experten spannender, wenn es mehr so type wie Damian Gatti. Ja, definitiv. Sehr schön. Wunderbar. The Hockey Week, every Wednesday at 19 p.m., only on SportalHD.com.